Pass auf, ich erzähle euch jetzt eine Story, ich packe über Eamon aus, die waren ja in dieser Künstlervilla so, gell? Erster Tag, die sind angekommen, harmonische Stimmung, alle haben gelacht außer einer, Pader, natürlich Ernst mit seinem 38-jährigen Bart, gell? Da sagt er, Jungs, ich geh jetzt schlafen, geh auf meine Mutter, bei mir macht ihr nix. Alle chillen im Wohnzimmer, Pader, Schlafengang, so. Der Eamon sagt, Bruder, ich geh jetzt dahin und ich hau gegen seine Tür, ich hau baff, 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 baff gegen seine Tür. Die sagen, ey Bruder, übertreib nicht, mach nicht, Pader, wenn der aufwacht, der fickt uns, mach nicht, Bruder. Keiner hat Bock da drauf, der ist 8 und 3, ich lass den Arm und so, ja? Haben die gesagt, ich hab damit nix zu tun. Ich hab in deren Augen die Verzweiflung gesehen. So, von jedem eins, diese Wohnzimmer war full, weil wir haben grad Pläne geschmieden, ich glaub, es wär erste, zweite Nacht, ne? Ja, zweite. Wir wollten unbedingt einfach irgendein Thema auseinandersetzen.